Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stick It to the Man. Beim letzten Part sind wir ja hier unten gewesen bei der Irrenanstalt. Und nun werde ich mal sehen, ob wir hier irgendwas tun können. So, und jetzt bei ihm hier. Okay, er steht schon mal drauf. Ja, alles klar. Ihr seid doch echt verrückt. Alles klar, da unten gibt's Blitze. Ah! Ich nehme jetzt mal das Feuer mit. Weil? Ich glaube, da können wir mich den Tee zubereiten. Oder die Kanne? Ich werde jetzt erst mal nach unten... Oh, nö. Nö, 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 nö. Weg! Weg, du blöde Hexe! Wo ist er? Wo ist er? Nein! So, 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 ja, und... Oh, war das knapp. Oh, ho, 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 ho. Jo, das war knapp. So, jetzt gehen wir da nach oben. Jetzt werde ich erst mal den Kessel hier unten anschmeißen. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt brauchen wir bestimmt nur noch eine Tasse. Es ist nur die Frage, wo sich... ...eine solche Tasse aufhält. Natürlich, sie ist wieder weiter. Ach, ich hasse sie. Also, ich habe die jetzt erst mal mitgenommen. Da oben ist noch schon eine Schwester. Was ist hier unten? Okay, da ist noch so eine Art Werte. Okay. Das haben wir jetzt. Jetzt sind wir da oben. Ja, du bleibst nicht unter Einbildung. Ganz ehrlich. Ja, alles klar. Alles wird gut. Nee. Alles klar. Alles wird gut. Oh, nee. So, hier unten. Wo sind wir denn jetzt? Okay, da ist eine ältere Dame, so wie es aussieht. Ich brauche nur noch eine Tasse. So wie es aussieht. Ich werde mal die Gedanken von der älteren Dame lesen. Ja, wir haben noch gefragt. Also inhaltlich zumindest. Oh, das ist ein schönes Körn, so wie es aussieht. Und nicht nur noch eine Tasse ist. Oh, das ist wie es aussieht. Hello there, young man. Can you help me? I'm from outer space, and I'd like to return, but I need my inflatable space duck back to return to the stars. To my planet. To my people. You're an alien? Yes, of course. Oh, I see why you're confused. I'm an alien, but I'm wearing a human suit. Only the zipper got stuck, and now I can't take it off. Life's funny, huh? Uh, yeah. Huh? You'll help me, won't you? You don't think I'm crazy, do you? I make it a policy not to lie to old ladies. So all I will say is, um, have a good one. Alles klar, ich hab ja hier diesen Schwimmring. Welch ist es denn, ja? Ich schenk sie, äh, ihr. Einfach mal. Oh, thank you, thank you, thank you. You've returned my face floaty to me. I am in your depth, young man. And I won't forget this. Farewell. Whoa. That... That was unexpected. Ja. Oh, ich dachte, wir bekommen jetzt was. Boah, ist das groß hier. Ich brauch eigentlich nur eine komische Tasse. Oh, nee. Okay, wir gehen jetzt mal wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Ich kann wetten, ich kann, äh, unseren Freund... Oh, nein. Okay, also nochmal. Wir gehen da hin. Da hin. Jetzt da rüber. So, jetzt geh ich erst mal hier rüber. Hier drüben ist auch ein Mr. Copey. Ich werd mal die Gedanken lesen. Ja, da findest du bestimmt auch raus. Ganz bestimmt. Alles klar, wir wissen jetzt Bescheid. Alles klar. Wir haben nur noch die tote Maus. Das wird nicht geschehen. Okay, ich dachte, dieser Sticker würde halten. Also auf jeden Fall, wir haben eine ganze Menge zu lösen. In diesem Part. Hm. Ich stehe jetzt erst mal hier rüber. Da ist... Ist das ein Maus? Ist das ein Maus? Hör, kann ich das Maus kaufen? Woher haben wir gehen? Alles klar. Ich stehe jetzt, bis du mir das Maus gibst, okay? Kann ich das Maus noch haben? Nö, glaub ich ehrlich gesagt nicht. Also sie geht uns... Also sie geht uns... Wow. Hä, sie kann... Sie kann teilweise schweben. Krass. Ich stehe jetzt, bis du mir das Maus gibst, okay? Ich stehe jetzt, wenn du mir das Maus gibst, okay? Ja, das ist das, wenn du mir das Maus gibst. Das won't stick. Uh, excuse me. Um, uh, uh, are you guys crazy, too? Or, uh, do you, like, work here? I-I mean, do you work here and also you're sane? Dr. Crank! His eyes! They look into my very soul! I never wanna see those eyes again! I will totally freak out if I see those eyes again! Uh, this is Ralph? And I'm a... Helmet? It's just Mr. Whiskers with love, Maus. Oh, du gehst mir dann schon auf den Sack, Fräulein. Ich würde wirklich lieben, diese Maus, du weißt? Wir glauben dir schon, Freund. Okay. Wo sind wir denn? Also, man weiß selber nicht, wer du bist, ne? Das ist ja schon mal echt interessant. Oh, du gehst mir jetzt schon auf den Sack, Mädchen. Okay, er hat auch nichts für uns. Ich weiß nicht, ob ich diesen, äh, Blitz jetzt mitnehmen kann. Oh, oh! Okay, also, nochmal nach da oben. Ich weiß nicht, ob ich diese Frau Elektro schocken kann. Can I have that mouse yet? Uh, that won't stick! It's just Mr. Whiskers with love. Love mouse. Is this creepy? You created me because of you. You'd really love that mouse, you know? So, wie man sieht, hau ich jetzt extra ab. Damit es die uns nicht weiterhin nervt. Hm. Also, wir haben hier unten immer noch das, äh, Feuer aktiv. Ich bin gerade am überlegen, wie wir weiterkommen. Oh, war das gerade? Was war? Da! Oh, Glück. Das war Glück und Unglück. Obwohl, ich geh mal hier nach unten. Es könnte vielleicht sogar durchaus sein, dass dieser Typ hier vorne... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020